Man kann ja hier auch anscheinend hoch klettern, das mach ich immer mal. Ja, kletter hoch du Luder. Hups! Jungs, was ist los mit euch? Geht mal von hinten. Es regnet! Was? Es regnet! Was? Ja, es regnet einfach. Oh Leute, ich hab nen Ziegelstein gefunden. Ziegelstein, mhm, 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 ja. Ja, immer praktisch, ne? Gegen Zombies ist immer gut, wie ne? Ich hab auch nen Ziegelstein. So, hier. What the fuck? Das sind also die Baugerüste von heute. Ja, naja. Not macht erfinderisch, ne? Ach, hier hängt ja einer drinne! Ich dachte, das ist ein Mensch. Oh shit! 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 Du brauchst schon mehr Hilfe, oder? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ah, nen kritischen. Fuck! Hä, irgendwer kriegt da hinten Schaden! Ja, da brennt ihn, er ist in einem Feuer gelaufen. Hä, hä hä, wie doof. Du weißt ja, wie Zombies sind, ne? Was? Oh, hier ist jemand drinnen. Oder? Wo ist denn der? Polizeiwache. Hauptsache, hier ist ich drauf die Bitches. Was? 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 We can't help. Ja, das war glaub ich ne Polizei-Notruf, ne? Ja, Polizeiwache. Irgendwie sowas war das grade. Ach, der ist hinter uns. Ne, wo ist er nicht? Ja, wahrscheinlich, Alter. Du gibst dem Zombie mit diesem scharfen Messer, äh, mit diesem scharfen Ding, Hits, ne? Und die hat nichts anderes zu tun, als sich trotzdem zu treffen, nachdem du es dreimal geschlagen hast, ey. Als wenn irgendetwas noch zuschlägt, wenn du mit dem da auf einen einprügelst, ey. Und sich das von selber dreht. Warum legten sie sich aber hin? Naja. Ne, finde den Fehler, Alter. Finde den Fehler, ich sag mal so. Wenn du keine Schmerzen bespürst, ist der Scheiß, ich erlaub dir eh noch was mit dem Messer hier vorgegeben. Ja, aber es geht einfach zum Prinzip, wenn du jemanden umboxt. Hier hinten. Ja. Hier hinten ist auf alle Fälle ne Polizeiwache. Ich denke mal, davon kam der Notsignal. Ja, aber da kommst du jetzt nicht hin. Vielleicht ist das ja unser Ziel mit den 200 Metern, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier ist auf alle Fälle ein Bauplan, glühende Klinge und Alkohol und Energie. Also irgendwie sieht dieser Postbote aus wie DHL. War das DHL? Sag mal. Das war doch DHL, oder? Oder DPD? Ne, der gelbe Wagen. Ne, das ist wirklich DHL. Hier heißt das ETL, okay. Oh Mann ey. Schon abgekupfert. Alter. Hat einfach mit dem Messer auf mich geschmissen. Sind sie mich einfach mit dem Messer abgeschmissen? Ich fass es nicht. Ja, die werden immer aggressiver jetzt hier. Ah hier. Ne Wunderkerze. Wunderschön. Oh Leute, wir sollen hier rein. Wunderschön. Also ich würde das irgendwie nicht gerne machen. Sag mal hier. Hattest du nicht mit dem Dietrich irgendwas? Ich habe es geöffnet. Da steht ein Fleisch am Wasser. Ach so, okay. Wunderschön. Wunderschön. Du hast doch irgendwas mit dem Dietrich gemacht, ne? Ja. Ausgeskillt. Was ist denn hier los? Ich werfe. Oh. So. Meine Waffe. Dass die immer auch knutschen wollen, ja? Ja. Ich weiß auch nicht. Unglaublich. Hat's erstmal zwei Öppel. So. Wo müssen wir hin? Ach da. Das Auto-Player ist schon wieder voll in Action. Er wird schon wieder angegriffen. Yo mein Junge. Ich werfe. Aber nicht wenn ich daneben stehe. So jetzt kannst du schmeißen. Ich würde da nicht so nah ran. Wenn du, äh. Ja. Das kriegst du mir auch krass, Sarn. Ich bin schon in der ersten Zeit fast tot. Ich habe einen Lappen gefunden. Ich würde jetzt was sagen, aber ne. Ne, der Lappen bist ja du. Deswegen geht das nicht. Was kannst du doch nicht sagen, Lappen. Doch. Du bist der Lappen. Ey. Das ist eindeutig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Noch ein Hieb, ey. Ein Hieb und ich wäre tot gewesen, Mann. Scheiße. Sag mal, gab's nicht irgendwie was mit, äh, auf, auf, äh. Ne, was war denn das? Mit irgendwas kommt man sich doch heilen. Mit N war das glaube ich. Nee. Hä? Ey, warum schubst du? Weil schubst du mich einfach. Auf M ist Karte auf alle Fälle. Also, falls du mal wissen möchtest, wo du bist. Äh, Leute. Siehst du? Ich war voll weit weg. So, hier ist der Bartow Place. Boot. Das ist eine Lüge. Ich steh nämlich genau hinter dir. Ja, klar. Ich hoffe jetzt, dass meine Waffen noch da sind. Hab's doch alle hier. Komm her. Gib sie mir. Wie viele Tasten ihr habt hier. So ein Ackebeil und so ein, das ist das andere Ding. Oh, scheiße. Jetzt hab ich mir ein Ding zu meinen Feuer-Dings. So. Und hier. Nein, jetzt übertreib mal nicht. Das waren nur zwei Sachen. Ja, aber der blaue ist nicht meint und der Streitkolben auch nicht, oder? Ja, der Streitkolben hab ich schon. So, hier. Bin ja nicht so. Sag mal. Noch eben so ein Ding und ich... Fuck it. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hi. Oh, wir sind in der Altstadt. Nee. Wir haben erst mal ein Eis. Oh, noch ein Eis. Jo, was geht? Versuch dir den Arsch. Wir sollen aber hier irgendwo lang. Ich hab ja keinen Plan, was wir überhaupt machen. Was sag denn die Quest überhaupt? Wie heißt denn? Wer sind die? Die Quest sagt, wir sollen da lang gehen. Ja, die zeigt, dass wir da lang gehen. Aber die hat doch einen Namen meistens. Da! Irgendwo ist was! Hier ist jemand rum-Rage. Ertrunkene Hoffnung. So heißt die Quest. What the fuck, Alter! LOL! Ich wurde getötet. Was? Das ist ein Menschen! Also ich hab ihn. LOL! Hauptsache ich spawnen aber 50 Meter weiter... Du bist auch tot. Ja, naja... Oder haben wir jetzt irgendwie eine Waffe bekommen, die ich jetzt nicht gesehen habe. Nee, wir haben immer noch einen Schuss. Weil ich kann einen Molotow werfen. Wenn die gar nicht kommen, werfe ich dann mal einen Molotow hin. So ne verrückten Hunde. Warum schießen die... Warum ist ja auch einer? Oh! Ach, leck mich. Wir sind doch alles Menschen. Warum haut der hier... Vorsicht, Molotow! Alter! Er brennt! Der Motherfucker brennt! Warum schießen diese blöden Bastard auf uns? Was soll denn der Scheiß? Ich weiß nicht Ja, das hat man davon, wenn man andere helfen kann Hä, von wo? LOL Der steht ja aber auf dem Dach Ja, einer steht auf dem Dach Ja, einen habe ich schon getötet, der auf dem Dach stand Alter, der hier, guck mal Der hat eine Maske von Jason Und wo liegt er auch noch beim brennender Baseballschläger? Ah, hier ist ein Snack Erstmal einen reinpfeifen Ja, mach So soll es nichts zu tun Und noch ein Riesenriegel Ich habe mich erstmal ein bisschen geheilt Aber ich denke mal, wenn sie jetzt schon mit Waffen auf uns schießen Werden wir jetzt bestimmt auch denn jetzt ganz schön Munition finden, oder nicht? Oh, ich habe eine Waffe gefunden Ja, ich kaufe doch mal Ja, ist das mein brennender Baseballschläger? Nein, mein Revolver hat 30 Schuss Nein, musst du drauf Was schiebst du denn was? Jetzt muss ich nachladen, Alter Ich raste aus, Alter Wenn die hier nicht aufhören mit dem Schell Der ist tot Der hat alles gelootet, der Typ Hier Nein, es kommen noch welche Meine Zuschauer Hier Er hat alles gelootet Das ist eine Lüge Nicht mal eins, lässt du für mich übrig Gehst du hier durch die Gegend Was machst du denn? Komm mal rein hier Bin drin Sag nicht einmal, dass ich nicht drin bin Ich bin drin So Den hätten wir Du längst da ab und ich hau es weg Ja Nachdem ich den schon im Headshot verpasst habe Sowieso schon fast tot war Das ist eine Lüge Alter, ich habe Waffen gefunden Geil Knarren Geil Haha Geil Ich glaube auch so eine Flasche Ähm Was ist denn das für ein Ding? Na du weißt schon, was ich meine, oder? Wo bist du denn? Da hinten Der chillt Der chillt Der chillt Der chillt Der chillt Auf alle Fälle hat meine Waffe Oh oh Elf Schuss Elf Schuss Geil Warte mal Warten Ich muss was raussuchen Ich hab noch Ich hab noch eine Pistole Die will ich nämlich jetzt ausrüsten Mach mal Nochmal fix Yo hier ohne Nein Wir haben mich erwischt Mit einem Streifschuss Ihr habt gesehen, dass es nur ein Streifschuss war So Loll Hauptsache Oh Hier ist wer Ich hab wieder Werbung gefunden Was? Ich hab Werbung gefunden Mann, du verpiss dich doch mal Joder, Pisser Jude Jude Halt die Klappe Ich hab nen Bauplan gefunden Starkstrom Halt die Klappe Doch Alter Nice Läu war mein Revolver hat über 50 Schuss Hebe mir auch mal ein paar Schuss Ich hab nur Ich hab nur Ich hab voll Voll scheiße Du stirbst doch die ganze Zeit Ich sterbe hier gar nicht Ja, du stirbst am Dauern Ich hab alle gesehen Ich hab Beweise Ich hab Beweise Oh shit, ich muss nachladen Oh shit Immer nur am sterben Ich hab das alle gesehen da draußen Ich hab das alle gesehen Ich hab das alle gesehen Ich hab mir nicht mal Muni Unendlich Muni wirst du aber gib mir nur Stab Hauptsache hier liegen überall Waffen rum und du sagst gib mir Muni Ist klar Nein Wenn ich nicht da bin, kann ich nicht ein So, jetzt warte mal Ich bin nur n Weg Ich bin schon da Warum müssen wir das eigentlich schon mehr tun hier? Ja, weil wir die Arschgeigen von die sind Mysterie Hallo Was ist hier mit die Computer? Scheiß auf die Computer Scheiß auf die Computer Was ist das? Was ist das? Ich verarschen Hallo Hi Ach da unten ist er Hallo mein Junge Ich wüsste auch nicht warum wir immer hier die Arschgeigen sind Immer müssen wir die Drecksarbeit mal Oh, da ist er Arsch Du schlägst da immer noch, Alter Ich hab über 70 Schuss, ey Fuck you Wo? Und? Ach du Scheiße Hallo, was machst du denn? Was ist mit dir? Was denn? Ja hier, sie sind Leute Ja und? Die sind nachher auch noch da Ne sind sie nicht Die bringen mich gerade rum, du Affe, ey Ach Der ist doch los Ach jetzt kommst du wieder angelaufen Nimm dir doch mal ne Waffe Und schieß sie ein bisschen durch die Gegend, ey Nein Du bist so eine Pfeife, ne? Wir sind in der Apokalypse Da gibts dem schon mit Abschießen Natürlich Sonst hätten wir jetzt keine Waffen Da halte ich doch für ein Gerücht Oh, hier ist auch wieder ETL Näh Also irgendwie hab ich das Irgendwie will ich mal meine Waffe aufrüsten, oder nicht? Joa Mach ma ma Ich repariert Ne die Waffe Nutzt die Waffe sich auch irgendwann ab? Das ist jetzt halt meine Frage Was soll denn sich an der Waffe abnutzen? Ich weiß nicht ob die sich irgendwie abnutzt Ich hab doch keine Ahnung Ja ich denke aber mal dass die äh Schon genug bestraft ist damit dass man Munition finden muss Denke das reicht Ja das könnte sein Aber diese Waffe die kann man ruhig mal upgraden Das mach ich jetzt auch einfach mal Joa Wo wird der überhaupt hin? Oh ich hab nicht genug Geld um die weiter zu upgraden, okay Ja bei mir war auch Alete mit Geld Warte mal dann wähle ich mir jetzt auch direkt mal ein paar Waffen aus Die ich jetzt hier so gesammelt habe Ich hab mir jetzt irgendwie drei verschiedene Waffen aufgesammelt Also Pistolen... Man hat immer nur 10 Schuss, oder was? Dann musst du nachladen Ausrüsten Alter So ich hab zwei Waffen Ich hab bei zwei Waffen 60 Schuss alle Ach das ist die äh Werbung die ihr vorhin von die Frauen Der Raum Da so ein Bild, da so ein Poster, ne? Ja Von der Sache du läufst übel weit weg Ey was ist mit dir? Mein Thumbnail jetzt Okay So was geht Digga Ja Bauplan Haftbomben Wir können jetzt Haftbomben buchen halt Krass Ungeschlecht Oh Das wird auch mal ein Thumbnail bild ey Hä Was? 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 Sonst steig ich mal mit ein Du bist hier gerade bei meinem Fahrer Du bist hier gerade bei meinem Fahrer Na ich wechsel Ich hab mich gelangst Äh... Nein... Äh... 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 Ich hab doch nicht deine Muni Ich hab so viel Muni Weißt du Ich sterbe eher wegen dir gerade weil du hier so doof bist zum Fahren Äh... Äh... Also... Weil du fährst schon wieder in eine ganz andere Richtung mein Freund Wir kann... Also... Ich denke wir sollten ausstrengen Auto bringt uns hier nicht viel Ist ja jetzt als wenn ich das von Anfang an gesagt hätte oder sowas Hast du nicht, hast du nicht Habt keiner gehört Ein bisschen Spaß muss sein Wo muss ich denn hin? Ach da geradeaus Na ja 63 Meter Warum willst du mit Auto fahren? Ach so Warum will ich mit Auto fahren? Oh guck mal hier ist alles offen Oh man ey Du bist ja auch so ein Clown Guck Wo bist denn? Hier ist alles offen Ne Ich wollte aber durch die dickste Lücke da durch Alter warum haben die jetzt alle Backen in der Hand? Ich hab jetzt meine Machete wieder gezogen Ja Ach so da ist so ein Digger Oh hinter dir Was war alter Was war das? Hinter dir war so ein Explosionstypi Ja ich bin tot Ich bin halt nicht von dir Ich dachte du hättest mir den Rücken frei Wie viel Schuss verträgt der denn alter? Ja Ein bisschen hat er noch Man Du bist doch immer im Kopf Immer im Kopf Ja bringt aber auch nicht Ja da hat auch nicht viel gebracht Ach das doch mal ausstellen Ach so Ach Halt die geben einfach erstmal den Rücken frei hier Nö Ach so wir sollen Ach so jetzt weiß ich auch was wir machen sollen Warte ob der ist halt nen Plan Hauptsache ich schieße einfach nur Leute warum brennen die? Also von mir ist die Feuer nicht Da kommt so ein Digger Alter Hauptsache wir sind fast tot Oh shit Oh shit Kommen wir aufm Auto lieber Ah Dann passiert ja nichts Hilfe Komm mal So Was machen wir jetzt? Also irgendwie Ich mag den da nicht Also bei deinem Lied hat das besser funktioniert Da hab ich die immer von oben kaputt gemacht alles Guck mal diesen Fettsack an Falls jemand die Folge gesehen hat Dann wirst du scheiß Kannst doch treffen Naja aber nur wenn der dich hinkniest ne? Aber was ist mit dem Typen da hinten? Bleu jetzt brennt er Der brennt Komischer Typ ey Wow ich mach denen ja so viel Schaden Nämlich ja nicht Ja genau Er nimmt wirklich wenig Schaden ja Die ist richtig scheiße Alter 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 Eintritt Eintritt Ja ich weiß Alter was denn das für den trenner? Alter Das war Alter Lol Der war direkt wieder neben mir ey Der geht gerade Ich laufe Ich lauf weg Ich lauf weg Dürfen die wegrennen Ich hatte nie was mit dem zu tun Alter umgeschubbt Ich erfüll den Job Während du da irgendwie Was auch immer machst Ja ja danke Sag mal stirbt der eigentlich auch irgendwann? Boah Boah Alter was ist denn das für ein Jude? Alter der macht Fress Ich fress meinen Bart Alter der macht ja richtig Schaden man Ich fress meine Unterhose Und der hat mich wieder umgebracht Ach du Kacke ey Wow du machst einen Schaden Ja du musst warten Ja du musst warten Ich glaube du musst warten bis er zurennt Und dann muss er irgendwo dagegen stoßen Ne Alter er gab keinen Plan Was ist der nicht für ein Jude? Muss er erstmal mit einer Waffe einsammeln Der ist mit meiner Streitkeule kann ich nicht mehr Er ist fast tot Er ist fast tot Ja warte mal Ah Versuch der kommt der kommt Ja jetzt Jawoll Alter wie viel Erfahrung hat man bitte bekommen Wie viel war denn das? Ich habe jetzt nicht viel geachtet Wie über tausend Boah Ist ja richtig viel für den Appen Die regen mich alle hoch hier noch Aber der Kopf ist schon wieder ab Äh